Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Heute erkläre ich euch mal, wie es in den Sommerferien so weitergeht. Denn ich mache eine kleine Sommerpause, würde ich sie nennen. Aber bevor dieses Video losgeht, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, in der Sommerpause mache ich meine, ich weiß, die letzten Videos lieben nicht so regelmäßig. Aber die nächsten werden regelmäßiger, ich verspreche es euch. Aber in diesem Sommerferien halt erstmal nicht. Das letzte Video kam nicht so regelmäßig dadurch, also da war eine Woche dazwischen, dadurch, dass das Video sehr viel Arbeit gekostet hat mit diesen ganzen Texten. Und ich echt genervt war. Oder gereizt, dadurch, dass das Video keinen Sound hatte. Das war ein Bug in OBS leider. Und deshalb wird die nächste Woche ein Video kommen. Das werde ich noch vorproduzieren. Das wird ein neustes Video Mountain Island sein. Und dann habe ich auch wieder Zeit oder mehr Zeit, dann wieder Videos. Also es wird nur ein Video jede Woche kommen. Und das ist dann jeden Mittwoch um 18 Uhr. Ciao, Leute. Ciao. Ciao.